Warum geht es mir so knackig? Was kann ich allein dagegen tun? Warum geht es mir so knackig? Was kann ich allein dagegen tun? Ich muss nur aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit verantwortlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was ich denke, nicht denn, was ich sage. Ich möchte nichts tun, sondern von allem nichts mehr sehen. Ich möchte nichts tun, sondern von allem nichts mehr sehen. Warum geht es mir so knackig? Was kann ich allein dagegen tun? Warum geht es mir so knackig? Was kann ich allein dagegen tun? Zu mir kommen. Wenn wir Feuer haben, wenn wir uns rein. Nach am Alter, nach dem Abendessen, will ich den Kneipe geben, vier Zeiten. Ich möchte so gesoppen sein, wenn wir alle Dinge sehen. Ich möchte so gesappen sein, wenn ihr das nicht mehr sehen. Soll ich los abhauen, eben wenn ich will Soll ich die Papiere holen und machen, was ich will Soll ich mir in den Schiss setzen, von allem wird's mir sehen Ich möchte endlich frei sein, aber wohin soll ich gehen? Ich möchte endlich frei sein, aber wohin soll ich gehen? Warum geht es mir so lackig? Warum geht es mir so lackig? Warum geht es mir so lackig? how oft geht es mir so lackig? So lackig, so lackig, so lackig! So schlackig! Applaus